hey leute willkommen zu weiteren video und zwar ich habe auf längerer zeit für banzi.net mal eine richtig nice lobby gebaut die haben jetzt neue lobby die brauchen nicht mehr und haben jetzt erlaubt dass ich ihre alte lobby hochladen darf sozusagen checkt auch gern banzi.net aus den ihre neue lobby die ist wirklich richtig sick und die map die hinter mir seht die habe ich auch sozusagen von juicy doch eingesendet bekommen die gibt es auch bald zum download deswegen lasst doch gerne ein abo da wenn ihr auf diese map sozusagen nicht verpassen wollt sonst liked gerne das video wenn es euch gefallen hat und jetzt geht's los mit der map also natürlich mit der lobby map zum downloaden ihr wisst bescheid und jetzt geht's Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017